Hallo ihr lieben, mutigen Seelen, die ihr euch auf den Weg macht, mit eurem Körper wieder Freund zu werden. Ich begrüße euch sehr hier auf dem Kanal des Anahat-Zentrums. Ich bin Beatrice Gabriel, Urschamanin und Systemikerin. Ja, und da jetzt gerade auch diese Monate hier, die nächsten, aber wahrscheinlich auch für viele eben noch die nächsten Jahre, die Energie der Zeit sehr die Beziehung zum eigenen Körper hinterfragt, weil sie sie stärken möchte. Und viele gerade einfach in Unfrieden mit ihrem Körper sind, ob es der Gesundheitszustand des Körpers ist, der Leistungszustand oder auch das Aussehen. Ja, und viele, die einfach mit unzufrieden sind oder eben auch in Traumatisierungssymptomen hängen, möchte ich dazu mal erstmal ein kurzes Vorab-Video machen. Das ist ein ganz, ganz großes Feld und es gibt viele Gründe, die also die Beziehung zu unserem eigenen Körper schwächen. Es gibt also unglaublich viele Ursachen dafür. Ich glaube, viele sind gerade einfach durch den Druck der Kollektivgeschichten und der Kollektivsysteme sehr konfrontiert mit ihrem eigenen Körper. Sei es zum Beispiel auch die Schönheitsbilder, die also über eben eine Sexualindustrie aufgebaut wurden und damit eben auch wieder andere Industriezweige gut unterstützen. Also nicht nur die Kosmetikindustrie, Sportindustrie und was weiß ich nicht alles, die Chirurgie, die Plastische und so weiter und so fort. Alles das kann man gut machen, indem man also quasi in den Köpfen bestimmte Sachen installiert, die unwahr sind, meiner Wahrnehmung zumindest, weil sie der göttlichen Wahrheit einfach nicht entsprechen. Gott liebt uns alle und er findet uns alle wunderschön, so wie wir hier sind. Und wir haben uns alle einen bestimmten Körper und ein bestimmtes Aussehen ausgesucht, um in unseren Seelenaufträgen zu wachsen. Das vielleicht einfach erstmal zum Äußeren als Ursache, also wo einfach eine, ja ich sage mal, kollektive Wertdoktrin wirkt, die uns klein hält, uns hässlich fühlen lässt. Und jeder, der sich klein und hässlich fühlt, der ist in der Regel ein guter Konsument. Und zum anderen sind aber auch gerade die Angsttrigger im Außen sehr, sehr hoch, ja, also von Bewertung, von Fremdbewertung und so weiter und so fort. Dass also viele an Traumagefühle ihrer Kindheit kommen oder auch ihres Karmas und auch das kann dann Traumasymptome im Körper machen bis hin zu Krankheiten. Psychosomatische, also damit durchaus somatisierte Krankheiten, die eben die Beziehung zum eigenen Körper extrem schwächen, ja. Je nachdem, was dir auch passiert ist, kann es also sein, dass du also auch schon lange mit Traumasymptomen zu kämpfen hast. Übergewicht zum Beispiel ist oft ein Traumasymptom. Genau. Und ja, ich versuche jetzt hier erstmal so eine Kurzanleitung zu geben, wie man also die Beziehung zum eigenen Körper wiederherstellen kann. Als Erste also löse dich von Bewertung von Schönheit, ja. Wer sagt denn, dass das und das schön sei oder das und das hässlich sei, ja. Ja. Und wer sagt, dass du das glauben musst? Ja. Also, wichtig ist es, sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen und jeder hat ein Wohlfühlgewicht und das ist nicht unbedingt der Body Mass Index, ja. Also hier sieht man wieder, wie ein menschlicher Verstand alles möglichst kategorisieren möchte und so weiter und so fort. Aber woher sind denn diese Sachen überhaupt, ähm, sag ich mal, irgendwann gekommen, ja. Also, wer hat denn so eine Sache finanziert, frage ich mich da immer. Und, ähm, ist das denn also wirklich etwas, was den Menschen dient, was sie vorgegeben, oder wird es nur vorgegeben, dass es den Menschen dient, dieser Body Mass Index? Ich bin zum Beispiel deutlich unter dem Body Mass Index, aber ich bin mit Sicherheit nicht zu dünn, so, ja. Ja, also, ihr seht mich ja jetzt hier nicht in Gänze, aber, ähm, so, äh, und das ist ein stabiles Gewicht und, äh, so. Und ich fühle mich damit wohl, so. Und ich merke, wenn ich in meinem Body Mass Index wäre, zum Beispiel, ja, das sind bei mir 47 Kilo, ähm, ich habe aber halt sehr, sehr leichte Knochen offenbar, dann fühle ich mich da nicht wohl mit, so. Und, ähm, ich habe aber durchaus auch früher Übergewicht gehabt als Folge von körperlichem und auch mentalem Missbrauch. Also, ich war auch schon bei über 80 Kilo und das auch eine ganze Weile, aber damit habe ich mich nie wohl gefühlt, ja. Ähm, aber dazu mache ich nochmal eigene Videos, wie ihr also quasi auch gesund abnehmen könnt, ja, und das auch stabil gesund abnehmen könnt, so. Aber also, da ist es wirklich eine Frage, die du dir erstmal stellen solltest, mit welchem Gewicht fühlst du dich wohl? Und wenn du jetzt gerade also wo bist, wo du dich mit dem Gewicht unwohl fühlst, in welcher Form auch immer, ob du zu dünn bist oder zu dick bist, ja, für dich. Nicht für andere, für dich, ja. Ähm, dann kann ich dir nur sagen, je mehr Aufmerksamkeit du in dieses Unwohlsein sendest, umso mehr wird sich der körperliche Zustand, also zu dünn oder zu dick, manifestieren in deinem Leben, je mehr du damit im Krieg bist. Das Einfachste, diesen ungeliebten Gewichtszuständen zu begegnen, ist mit Liebe, ja, so. Das heißt, also, ähm, wenn du immer wieder dir sagst, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich müsste dies, ich müsste das, dann wird dein Unterbewusstsein, das hört das ja anders, ja, dein Unterbewusstsein kreiert die Zustände, wo du also viel Aufmerksamkeit reinsendest. Das heißt, mit Untermasteln ewig viel Sport und nimmst nicht ab, ja, weil du ja immer das, deinen kognitiven Fokus sozusagen und deinen energetischen Fokus damit auf eine bestimmte Gewichtsgrenze hältst oder du isst wie sonst was und nimmst nicht zu oder nur an Stellen, wo du es nicht haben willst, ja, so. Also, das heißt, ehre deinen Körper erstmal wieder und begegne dem mit Liebe. Dein Körper strahlt das aus, was du ihm gegenüber empfindest, ja. Wenn du also nur im Krieg mit dem bist, na, wie soll er sich denn verhalten? Da ist ja ein inneres Kind in dir, ja, und dem erzählst du jetzt die ganze Zeit noch, du bist hässlich und du bist dick oder du bist zu dünn. Na ja, dann hat dieses inneres Kind, das innere Kind wird von dir traumatisiert dann sogar noch, ja. Weil du mal traumatisiert wurdest mit solchen Glaubenssätzen, traumatisierst du jetzt dein eigenes inneres Kind weiter und dann muss dein Körper mit einem Traumasymptom, nämlich zu dick oder zu dünn, unser Gewicht ist ein Traumasymptom, wenn das nicht, meiner Meinung nach, wenn das nicht im Balance ist, ja, wenn mich im Wohlfühlgewicht ist, dann wird es dir begegnen. So, das heißt, achte und ehre deinen Körper wieder und fang an, den zu lieben, so wie er jetzt ist. Das heißt nicht, dass er dann so bleiben muss. Annahme ist das Prinzip der Veränderung. Wenn ich etwas nicht annehme, so wie es ist, kann ich es nicht verändern. In meiner Praxis mache ich immer so ein Beispiel, jetzt seid ihr ja nicht da, aber ihr könnt es ja mal gerne machen. Ich lege immer irgendwie einen Zettel oder einen Stift auf den Kopf und sage so. Und nun? Wie fühlst du dich damit? Das ist komisch, jetzt müsst ihr ja hier so gucken und so. Hm, ja, was willst du jetzt damit machen? Jetzt soll weg. Okay, wie kriegst du es denn jetzt weg? Kannst du es wegmeditieren? Stift, wandere weg von meinem Kopf. Du kannst anfangen, den Stift da oben zu beschimpfen auf deinem Kopf. Bringt also auch nichts, bringt nichts, ihn zu kritisieren. Du kannst ihn nur durchlieben und sagen, ja, Stift, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Auch davon wird er nicht weggehen, was notwendig ist. Ich habe jetzt leider keinen Stift hier, aber den in die Hand zu nehmen, den runterzunehmen, anzugucken, was das ist, was da auf dem Kopf liegt. Ja, und dann zu überlegen, was mache ich jetzt damit und ihn an seinen Platz zu räumen, wo er hingehört und nicht mehr auf dem Kopf. Und dasselbe machst du also auch mit deinen körperlichen Symptomen. Du musst sie annehmen, du musst sie anschauen, du musst überlegen, wo sie eigentlich hingehören und sie dann an ihren Platz zurücksortieren. Und wenn du jetzt also einen Gewichtszustand hast, der dir nicht passt, dann liegt es an deinem Umgang mit dir selbst, auch in Form von ungesunden Beziehungen oder Jobs, in denen du verbleibst. Auch die können dich zu dick oder zu dünn machen, weil sie dich Stress ausliefern. Und ja, und da ist es also erstmal eine schöne Arbeit, sich also bewusst zu machen, woher kommt mein Über- oder Untergewicht, ja, so. Also Untergewicht ist oft einfach zu, sich nicht gut um sich selber kümmern können, sich es nicht selber wert sein, ja, zum Beispiel zu essen oder was weiß ich was. Und Übergewicht ist oft eine Abpanzerung und eigentlich eine Wut, die man also über das Kauen in sich reinfressen, ja, also, aber auch ein emotionales Abpanzern sind jetzt nur zwei Wege. Es gibt noch andere Gründe, ganz, ganz viele, dazu müsste ich eigene Videos machen. Also bitte generalisiere jetzt das nicht, es ist nicht immer der Grund, ja, das sind so die häufigsten Gründe. So, und dann macht ihr das also bewusst, ein gutes Buch, was helfen kann, zum Beispiel auch körperliche Symptome für sich zu deuten, ist erstmal zur Selbsthilfe wirklich von Rüdiger Dahlke, das Lexikon der, wie heißt das jetzt, ach gut. Ach, Namen vergessen, Lexikon der Krankheiten, symbolischen Krankheiten, na, ihr werdet es finden. Krankheit als Symbol, das Lexikon, ja, genau, von Rüdiger Dahlke. Da stehen auch Sachen zu Über- und Untergewicht drin, da stehen Fragen drin, die könnt ihr euch mal durchlesen. Ich rate sowieso für die Zeit, die jetzt kommt, dieses Buch sollte in die Hausapotheke gehören, ja. Da kann man wirklich viel schon mit selber lösen. Wenn du körperliche Krankheiten hast, unter denen du gerade sehr leidest, ist es hier aber das Gleiche. Du kannst sie nicht lösen, wenn du sie nicht annimmst, wenn du keine Ursachenforschung betreibst, ist zumindest meine Meinung. Das soll dich jetzt bitte nicht von einem Gang zum Arzt abhalten und der soll gerne dir seine Meinung zu den Ursachen deiner Krankheit sagen, ja. So, in meinem Selbstbild und all den Krankheiten und schweren Krankheiten, die ich hatte, also dazu gehören eben vor allen Dingen Rheumaformen bzw. Krebs hatte ich ganz, ganz oft und viele andere Sachen, wurde mir immer mehr klar, dass es also psychische, seelische Hintergründe gibt, die meinen Körper krank machen. So, und dass ich zwar, egal ob ich auf Ernährung gucke oder was weiß ich was, das alles sind schon wieder Symptomketten, die eigentliche Ursachen liegt meiner Meinung nach in der Seele. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und ich will dich hier absolut nicht davon abhalten. Und man braucht eigentlich meiner Meinung nach ein Miteinander von Schulmedizin und von, naja, Seelenmedizin, will ich mal sagen, ja. Aber wenn du jetzt so Sachen hast, die dir also wehtun zum Beispiel, dann ist es auch da wichtig, nicht in Widerstand zu gehen. Also mein Rheuma zum Beispiel habe ich auch nur so besiegt, indem ich angefangen habe, natürlich zu erkennen, woher kommt das, ja. Was macht mich denn so bewegungsunfähig? Was bringt mich denn hier so in die Starre, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht mehr bewegen, ja. Was macht meinen Körper so bleischwer, so schmerzend? Wo schmerzt mich mein Leben so, ja, dass ich es eigentlich nicht mehr aushalte, und mein Körper am liebsten sich verabschieden würde, ja, oder wo zeigt mir ein Krebs, dass ich eigentlich wirklich gar nicht mehr leben will in dieser Welt hier, ja, und sich der Rest eigentlich schon verabschiedet hat, ja. Wo zeigt mir mein Gebärmutterkrebs zum Beispiel, welche Grenzverletzungen ich zulasse, ja, wo ich Grenzen nicht mehr selber sichern kann und so weiter und so fort. Und dann gehört da einfach eine ganz, ganz, ganz große Ursachenforschung zu, ja. Das dauert lange. Da kann man jetzt nicht sagen, sind die zwei, da muss man ja auch gucken, okay, warum macht man das? Warum habe ich das Gefühl, meine Grenzen nicht selber schützen zu können? Da hängen Konditionierungen dran, da hängen ganze Systembewegungen dran, da hängt dein Freundesfamilienkreis, sonst was dran. Also das ist ganz, ganz groß, das Thema. Aber das Erste, was du machen kannst, ist diesen dir scheinbar feindlichen Körpersymptom, ne. Also über das Annehmen zu schauen, nach der Ursache zu schauen, merken, das ist irgendwie okay, es ist unangenehm, aber es ist sinnvoll, es will mir was zeigen. Nach Möglichkeit eben mit Hilfe wahrscheinlich diese Ursachen zu lösen und deinen Körper auf einer ganz physischen Ebene zu lieben. Und das geht am besten mit Leibarbeit und die möchte ich kurz beschreiben. Ich denke, ja, Andreas Krüger, von dem habe ich das mal gelernt, da wird da mehr Videos, denke ich, zu haben, da müsst ihr mal schauen. Andreas Krüger, Berlin, Samuel-Hahnemann-Schule, Leibarbeit, ich denke da, ich verfolge den Kanal jetzt nicht mehr so, da wird es aber sicherlich auch ganz viele Videos zu geben, nehme ich an. Ja, ich weiß es nicht genau. Aber die Leibarbeit heißt eigentlich, dass jeder von uns heilende Hände hat, ja. Wir sind selber unser bester Heiler. Das heißt, ich schwinge mich ein auf die Liebe und auf die Dankbarkeit zu meinem Körper. Ich mache mir bewusst, was der hier seit Jahren durchlebt, durchlitten und was weiß ich was hat, ja. Und was der eigentlich für ein Wunder ist. Überlegt mal, wo euch allein eure Füße durchgetragen haben, ja. Wenn ihr Frauen seid, was eure Körperschaft haben, vielleicht also an Kinder kriegen, an Gebären, an Kinder jahrelang auf den Arm schleppen, an absolut Selbstlosigkeit, an Schlafentzug, an was weiß ich was alles, ja. So, was euer Körper geleistet hat, um andere Leben groß werden zu lassen, ja. Das ist großartig. So, und oder wenn ihr Männer seid, schaut mal, was euer Körper vielleicht schon alles geschaffen hat in eurem Leben. Also welche, keine Ahnung, Häuser ihr gebaut habt oder sonst was. Und also wozu war euer Körper in der Lage, welche Entbehrungen hat er vielleicht auch einstecken müssen und so weiter und so fort. Wie wenig Liebe und Dankbarkeit hat er da vielleicht auch dafür erfahren, ja. Gerade wenn du noch ein negatives Mindset hast, ist es so. Dann ist dir wirst du wahrscheinlich sehr viel Undankbarkeit oder eben so auch begegnet. Ja, es wird dann nicht immer gleich gelohnt, weil es einfach auch viel mit unseren Glaubenssätzen zu tun hat. Und wenn du dir das bewusst machst, was dein Körper für dich leistet, dass der dich handlungsfähig sein lässt, dass also, ne, dein, dein, alles von dir befähigt dich, deine Probleme zu lösen eigentlich, ja. Ich sage immer, meine Hände sind da, um mich handlungsfähig zu machen. Gott, bitte lass sie da ein Werk vollbringen, ja. Meine Füße sind da, um mich hier Wege laufen zu lassen. Gott, bitte lass es deine Wege sein, ja. Mein Sprachorgan, ja, ist da, um, ja, zu sprechen, zu singen, Wahrheit zu vermitteln. Und, ja, Gott, lass bitte deine Wahrheit, lass mich deine Wahrheit sprechen, ja. Also, dein Körper ist ein Wunderwerk Gottes hier, um bestimmte Sachen zu vollbringen. Und das ist ganz wichtig für diesen Wandel der Welt, dass wir gesund sind und dass wir uns lieben und dass wir diesen Körper wieder anerkennen. Und dann mach dir mal bewusst, wie du bisher mit dem umgegangen bist, ja. Hast du ihm ein schönes Zuhause geschaffen, diesen Körper, ja. Hüllst du ihn in Kleidung, die dir gut tut, die du magst, pflegst du dich, ja, oder gehst du so mit dir um, so. Mach dir das alles mal bewusst. Und was dein Körper eigentlich für dich schafft, was würdest du denn ohne den machen? Das sehe ich immer bei den RT-bundenen Seelen, das ist ganz, ganz dramatisch, wenn die keinen Körper mehr haben, aber hier noch auf der Ebene sind. Und so, dann lernt ihr den Körper erstmal wieder so richtig schätzen, dann wenn er nicht mehr da ist, das ist oft so, ja. Also, wenn sie den Absprung ins Licht nicht geschafft haben aus irgendwelchen Gründen. Also, versuch dir das mal klar zu machen und fülle dich mit Liebe für deinen Körper. Und dann nimmst du dir auf deine Hände, äh, Quatsch, nimmst du dir deine Hände auf dein Herz so. Und versuch dir wirklich mal bewusst zu machen, was dein Körper ist, wozu der dich befähigt und wie schlecht du wahrscheinlich mit ihm bisher umgegangen bist. Und dann haben wir die Übung aus den Raunechten wieder, ich schütze mein Herz und ich schütze auch meinen Körper. Das heißt, die linke Hand aufs Herz und die rechte drüber, ja. Ja, mein Körper, ich liebe dich und ich liebe dich in deiner Sensibilität und mit deiner ganz, ganz individuellen Schönheit. Und meine Rechte, meine Disziplin wird jetzt endlich mal anfangen, dich gut zu behandeln, ja. So, so. Und dann fühlt ihr diese Liebe und dann beleibt ihr euch. Ihr belebt und beseelt euren eigenen Körper. Aber es geht am besten, wenn ihr euch ein wunderbares, mit besten Fall Trauma lösendes Öl besorgt. Also gutes Mandelöl, wer sich mit Aromatherapie vielleicht schon ein bisschen auskennt, ein wunderbares Öl, um also einfach auch, also Wunden von Leiden und seelischem Leiden zu heilen, ist eh lang, eh lang. Oder die Passionsblume auch, die Zeder wäre schön, Sandelholz, Ringelblume. Also mischt euch ein richtig geiles Öl zurecht, ja, was echt für euch ist, so ein Aromatherapiesatz, der kostet nicht viel und ein Mandelöl auch nicht. Macht euch euer eigenes Heilöl, ja. Wenn ich irgendwann mal dazu komme, mache ich noch Videos, wie man das macht und wie man auch schamanische Öle herstellen kann. Aber für den Anfang, ja, erstmal da mit Johanniskrautöl, Rotöl, einen Tropfen rein, wäre gut, ja. Und dann badet ihr euch schön oder duscht euch schön, macht diese Übung, ja. Ich liebe meinen Körper, stimmt das bist du eigentlich? Und dann fangt ihr an mit diesem heiligen Öl, ja. Ich kann da auch ein bisschen Weihrauch reinmachen oder Zimt, zimt das auch, ne. Das heilt sehr gut, die Wunden, die von Liebe geschlagen worden sind. Und, ja, das schneidet auch, also wenn ihr mal so eine Zimtstange esst, so, dann werdet ihr merken, ja, was das alles macht. Das ist auf der einen Seite, macht das ein Feuerwerk an Wohlgefühl und trotzdem, also wird es auch scharf, ja. Und das zeigt uns wieder, wie, also die Kräuter, also gegen alles, dass ein Kraut gewachsen, ja, also uns helfen können. Oder eben, also auch Rinden oder Früchte oder wie auch immer. Also macht euch ein richtig geiles Öl und dann beleibt ihr euch, ich kann das jetzt hier schwer zeigen. Ich fange bei den Füßen an und ich segne dann meinen Leib. Und ich liebe den und ich berühre den ganz langsam, ganz achtsam. Ich versuche es mal hier so vorzuzeigen vielleicht. Also so mache ich das und mache mir wirklich bewusst, was macht dieser Teil meines Körpers für mich. Und ich beleibe den und beliebe den ganz, ganz achtsam. Es kann sein, wenn ihr es das erste Mal macht, dass ihr dabei weinen müsst, ja. Weil es vielleicht das erste Mal ist, dass ihr euch mit so einer Liebe begegnet. Und begegnet euch und eurem Körper so, als ob ihr den heiligsten Geliebten oder die heiligste Geliebte da vor euch hättet, ja. Fangt bei den Füßen an und dann segne ich eben, ja, das ist mein Weg. Ich bin einfach sehr, sehr verbunden mit Gott und sprecht das dann eben. Ich danke euch Füßen, ja, bitte. Also für all die Wege, die ihr mit mir gegangen seid und bitte Gott, Urquelle, Seele, wie auch immer, ja, was ihr sagen wollt, hilf mir ja stets auf deinen Wegen zu wandeln, ja. Und ich danke euch auch für jeden Abweg, den ich mal gegangen bin, für alles, was ihr durchleiden musstet oder habt auch. Und manchmal müssen wir auch auf Gottes Wegen, ja, je nachdem, was wir für Karma haben, mal leiden, so ist nicht. Und dann gehe ich weiter, also Unterschenkel, Oberschenkel und alles durchliebe ich. Und auch und gerade die Stellen, die ich nicht mag oder die wehtun, ja, die ich am liebsten nicht haben würde. Also heute ist es nicht mehr so, aber früher war es eben so. Und ich liebe alles. Und das dauert auch eine Weile, also weil in allen Körperteilen ja bestimmte Sachen hängen. Und das kann auch sein, dass da Bilder aufklappen, ja, wo vielleicht auch jemand das mal missbraucht hat, diesen Körperteil oder so. Also ich bin ein Jahr fast schlimm gefoltert worden und ich war schon fett, so wie erste Leibarbeit. Ja, also da ist mir viel wieder eingefallen, wie dieser Körper geschändet worden ist und so weiter und so fort. Und ja, und dann durchliebe ich den und heile den. Wo da auch als Rheuma mir wirklich alles furchtbar wehtat. Ich konnte nur noch weinen, wirklich. Und das ging selbst mit, also ich habe Tabletten, ich kriege ohne Ende 600 Milligramm Dramatol, weiß ich noch. Ja, also du kriegst normalerweise ein Pferd mit. Einmal gut auf den Tripp schicken. So, und es tat trotzdem alles weh. Und dann habe ich, weiß ich noch, weinend diesen Körper gestreichelt und haben gesagt, ist gut. Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Und ich weiß noch, mein damaliger Partner, der kam rein, was machst du denn hier? Ich habe mir, ja, so. Es gab keinen anderen Weg mehr. Entweder ergebe ich mich dieser Krankheit oder ich habe mir unter Tränen, ich bin gesund. Und ich glaube an dich, mein lieber Körper, du schaffst das. Du wirst wieder gesund. So, so habe ich das gemacht. Tja, und nun habe ich keinen Rheuma mehr. Sehr schön. Und auch keinen Krebs. So, genau. Also das ist erstmal der einfachste, erste Weg, diese Beziehung zum eigenen Körper wieder herzustellen. Da gehört noch viel, viel mehr zu, ja. Also gerade was eben Traumagefühle und Körper angeht, vielleicht hilft euch das jetzt erstmal, ja. Und dann dem Körper auch das Versprechen zu geben, dass ihr euch von heute an gut um den kümmert, ja. Also ihm Ernährung zukommen lasst, die er braucht. Nicht nach einem Ernährungsdogma, bitte. Gibt es nicht, ja. Es gibt nicht die eine Ernährung, meiner Meinung nach. Sondern für den Prozess, in dem ihr gerade seid, richtig zu essen und dem Körper das zu geben, was er gerade braucht. Und sind wir viel in Traumalösungen zum Beispiel, wo ganz viel im Gehirn umstrukturiert wird, dann ist es auch oft so, dass wir es sogar brauchen, ja. So, selbst wenn ich auch nicht sehe, dass das die perfekte Ernährung ist, aber für diesen Prozess braucht er es manchmal. Wenn wir sehr geschwächt sind, zum Beispiel nach einer Geburt, ja, dann eben eine ayurvedische Hühnersuppe oder sowas. Also wunderbar, ja. Selbst wenn ich auch denke, dass du vielleicht nicht unbedingt auf die Speisekarte musst, so. Aber sei gnädig mit dir, sei gütig mit dir und versuche dich nicht in Ernährungsdoktrinen rein zu doktrinieren von dir selber noch, ja. So, damit kann man viel Schaden anrichten, da wäre ich demnächst mit einer Kollegin und Schülerin von mir viele Videos zu machen, die auch Gesundheitsberaterin ist. Also freue ich mich schon drauf. Ne, und sei gütig, sei gütig mit dir. Mach dir ein schönes Bett, achte drauf, dass du dich gut pflegst, dass du oft duschen gehst, also so oft wie du es eben brauchst. Dass du dich abends wohl geduscht und in ein schönes, sauberes Bett legst, da bist du dir das wert, ja. Ja, selbst wenn du vielleicht Single bist und alleine bist, bist du wert, dir einen Schlafanzug anzuziehen, ja. Und also wirklich auch die Tagesebenen über deine Kleidung voneinander zu trennen, ja. Bist du es dir wert, dich zum Beispiel auch, was weiß ich, selber hübsch zu machen und zu schminken. Also mit dieser Corona-Geschichte zum Beispiel, da ging mir das am Anfang auch so, ja. Also irgendwie echt nur noch Gummistiefel und so. Also irgendwie war es auch cool, aber irgendwann ging es mir auch auf den Keks, ja. Und dann dachte ich auch, nee, okay, selbst wenn ich jetzt hier keinen sehe, außer meine Gäule, ja, mache ich mich mal wieder schick, so, ja. Und fühle ich mich einfach besser mit, so. Das hat mir auch gezeigt, dass das einfach was ist, was zu mir gehört, was ich nicht unbedingt nur für andere mache. Ich laufe auch super gerne ungeschminkt rum, aber ab und zu mag ich es einfach auch gern, so. Oder was Schickes anzuziehen oder was weiß ich was, ja. Feiere deine eigenen Feste für dich wieder mit deinem Körper. Mach, irgendwie such dir einen Sport raus, der deinem Körper wirklich dient, ja. Also was ist es denn? Nicht für jeden ist Yoga was, ja. Und, ähm, oder Pilates. Keine Ahnung, vielleicht stemmst du halt lieber Gewichte, ja. Dann machst du halt das so. Also versuch dich da nicht in Dortmund reinzubringen. Und auch nicht für jeden ist Joggen was. Ich kann da zum Beispiel gar nicht ab. Ich laufe aber dafür lieber drei Kilometer oder, nein, Quatsch, drei Kilometer reichen nicht. Also ich laufe halt jeden Tag mehrere Stunden einfach, ja, mit meinem Hund. So, das tut mir gut. Wald und einfach laufen. Und das sorgt auch für eine gute Figur, ja. Und nebenbei ausmisten, so. Das heißt also, so ein Autonomalsport zum Beispiel ist auch nichts für mich. Und das erlaube ich mir, so. Tanzen zum Beispiel ist für mich ein guter Sport, ja. Ja, tanzen, spazieren gehen, ja. Und den Rest, den machen eh eigentlich die Tiere sozusagen, also. Und die Beschäftigung damit. Aber ich brauche natürlich auch ein bisschen Kraftsport. Und das muss ich auch manchmal machen. Oder Dehnübungen, ja. Auch damit ich zum Beispiel gut reiten kann, ja. Damit mein Körper eben gut beweglich ist. Damit der mich nicht einengt, ja. Ja, so, da mache ich das halt so. Genau, also, ja. Gänzt du dir, weiß ich nicht, auch wenn du vielleicht Single bist und alleine und sehr einsam gerade. Mach dir eine schöne Wärmflasche, ja. Durch Liebe dich öfter. Mach öfter eine Leibarbeit, wenn du dich sehr nach Geborgenheit sehnst. Das Gefühl muss ja erstmal in dir generiert werden von ich werde berührt, ja. So, das wären also so Sachen. Erstmal, genau. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das hilft euch weiter. So, und natürlich könnt ihr gerne Fragen hier wieder stellen, die vielleicht jetzt eben dieses Video nicht beantwortet. Ich versuche das alles irgendwie abzuarbeiten, sobald es mir möglich ist, ja. Und Simone, deine Gewichtsvideos habe ich auf dem Schirm, ist mir auch ganz, ganz wichtig. Weil das auf jeden Fall also einfach ganz viel auch mit Missbrauch zusammenhängt. Also, Gewicht zeigt, ist oft ein guter Zeiger. Und vielleicht musst du deinen Körper auch einfach wieder, also jeder, jetzt nicht Simone, ja. Einfach sollten wir den Körper also wieder auch in dieser Funktion wahrnehmen. Er zeigt uns was. Er ist unser Zeiger. Er zeigt uns eigentlich den Weg in unser seelisches Gleichgewicht. Zeigt er uns über körperliche Ungleichgewichte, in welcher Form auch immer. Also, dankt ihm für diese sehr schwierige Zeigerfunktion und habt ihn einfach wieder richtig dolle lieb, ja. Ihr lebt in diesem Körper, ne. Das ist euer Tempel. So, also haltet ihn rein. So, also, und hier vor allen Dingen erstmal auf Gedankenebene. Haltet ihn rein von eurem Herz, ja. So, liebt ihn. Ein Tempel der Liebe sollte es sein. Also, ihr Lieben, viel Erfolg damit. So, also, ihr Lieben, viel Erfolg damit. So, also, Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020